Ja, mein Name ist Maik Menke. Liebe Grüße nach Nordrhein-Westfalen an unseren Gesundheitsminister, Herrn Karl-Josef Laumann, an die Bezirksregierung in Münster und vor allen Dingen an Jutta Schulte und Christian Schneider, unserer Hilfsorganisation stützweiler.org e.V. Ich stehe jetzt nun mit Julia hier und zwei riesen LKWs im Hintergrund mit über drei Millionen Spritzen und auch Kochsalzlösungen, die von Julia direkt hier im gesamten Land der Ukraine verteilt werden. Diese Hilfe ist nicht nur großartig, sie ist maximal. Ich bedanke mich vom tiefen Herzen für das entgegenbrachte Vertrauen von euch in Deutschland, vor allen Dingen von unserem Landtag, vom Land Nordrhein-Westfalen und ich bedanke mich für die Unterstützung bei euch in Deutschland, die ihr jedes Mal uns wieder aufs Neue mitgebt. Hoffnung und Kraft für die Bevölkerung in der Ukraine, für die Menschen, die hier drumherum leben, die hier nicht weg können und nicht weg wollen, denn es ist ihre Heimat. Aber was wir machen können, ist mit medizinischen und humanitären Hilfsmitteln den Menschen unterstützen, so wie hier in dem LKW, was hier drauf ist. Das ist Gold wert, denn auch hier werden immer wieder Spritzen ausgewaschen, gerade in den ärmeren Gebieten und auch die Spritzen werden immer wieder verwendet. Das ist natürlich ein absolutes No-Go. Diese Spritzen gehören ins Museum und nicht an den Patienten, denn dadurch können Krankheiten übertragen werden, HIV, Hepatitis und all diese Dinge. Und deswegen vielen Dank Deutschland, thank you Germany, liebe Grüße an euch. Sashkoa.